Wie bearbeite ich meine Fotos aus der goldenen Stunde in Lightroom? Darum geht es heute, mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du mit am Start bist und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Ich habe mir ein Bild von den Ferrierinseln dafür rausgesucht und wir hatten hier tolle Lichtverhältnisse, denn die Sonne ist hier quasi untergegangen. Wir hatten auch viele tolle Quellwolken hier am Himmel und dadurch kriegt man natürlich immer besonders tolle Lichtspiele hin. Wir haben hier im Vordergrund auch, wo die Sonne wirklich auf die Wiese scheint. Es ist später dann auch noch ein bisschen mehr geworden. Aber ich mag dieses Bild so, wie es jetzt schon ist, sehr, sehr gerne. Und ich zeige dir jetzt einfach mal, wie ich solche Bilder bearbeite, wo wir quasi in der goldenen Stunde drin sind. Dann dort mag ich es tatsächlich, wenn wir alles so ein bisschen softer haben, wenn wir so einen leichten Glow überall haben. Das gefällt mir richtig gut und das möchte ich hier an dieser Stelle auch erwirken. Zuerst einmal der Weißabgleich. Der ist natürlich jetzt hier in diesem Bild ja relativ kühl. Ich glaube, ich habe mit automatischem Weißabgleich fotografiert und dadurch ist der relativ kühl geworden. Normalerweise sagt man ja immer, wenn man draußen ist, so ein Weißabgleich von 5000 Kelvin, 5500. Aber du siehst gleich, wenn ich den stark jetzt nach oben drehe, so auf 5500, dann ist das Bild richtig warm und ich finde zu warm. Ja, deswegen drehe ich den jetzt hier mal so auf 4800 Kelvin ungefähr. Das reicht vollkommen aus. So, und jetzt fangen wir mal an mit ein paar globalen Grundeinstellungen hier. Und zwar möchte ich die Lichter ein kleines bisschen aufhellen. Und jetzt wirst du dich vielleicht fragen, hey, normalerweise drehst du doch die Lichter immer runter und drehst die Tiefen nach oben. Wir haben jetzt hier auch ein Histogramm, was sowohl rechts als auch links anschlägt. Aber ich muss sagen, in diesem Fall überstrahlt die Sonne eh so ein bisschen. Und das ist auch gar nicht so schlimm, wenn die Sonne mal überstrahlt. Und in dem Fall ist es ja auch nur die Sonne. Ich klicke jetzt hier mal auf J und da sieht man auch relativ deutlich, dass es tatsächlich wirklich nur die Sonne ist, die hier ausgebrannt ist. Und hier unten haben wir so ein paar kleine Stellen, ja, wo es zu dunkel ist. Aber wie gesagt, das ist vollkommen okay. Wir können auch die Tiefen hier noch so ein bisschen aufhellen. Vielleicht kriegen wir damit unten die Stellen so ein bisschen heller noch. Ja, das sieht ganz gut aus. Kontrast möchte ich trotzdem drin behalten. Vor allem hat dieses Bild hier einen sehr starken 3D-Effekt. Das bedeutet, wir haben hier einen Vordergrund und sehr weit in der Ferne hier noch einen Hintergrund. Und das möchte ich natürlich nachher auch noch so ein bisschen nutzen. Deswegen insgesamt ein kleines bisschen Dunst entfernen, nehme ich raus. Weil ich habe ja gesagt, ich möchte so einen leichten Soft Glow haben. Ich werde auch ein bisschen Klarheit hier noch rausnehmen. Insgesamt an bestimmten Stellen fügen wir das nachher wieder hinzu. Aber jetzt hier erstmal so insgesamt, denke ich mal, sieht das ganz gut aus. Jetzt kümmere ich mich noch ein bisschen weiter um die Farbe. Deswegen gehe ich jetzt hier in die Kalibrierung rein. Und werde jetzt in den Primärwerten Blau den Farbton hier so ein kleines bisschen ins Negative ziehen. Denn gerade jetzt hier diese warmen Farbtöne, die werden dadurch ein bisschen rötlicher. Das finde ich ganz schön. Ja, das passt irgendwie an dieser Stelle ganz gut. Und wir können auch in den Primärwerten Rot hier nochmal so ein bisschen gegenkontern. Indem wir jetzt hier die Rottöne wieder ein bisschen gelblicher machen. Aber dadurch intensivieren wir das Ganze so ein bisschen. Und dadurch, dass das Bild auch insgesamt jetzt nicht super farbig ist, also ja, es ist relativ warm gehalten alles, aber wir haben da jetzt nicht so einen super Farbkontrast drin. Deswegen können wir jetzt hier auch die Sättigung in den Primärwerten Blau nochmal ein bisschen anheben. Ich habe euch das ja schon in den letzten Videos immer mal wieder gezeigt. Also selbst wenn ich das hier auf Plus 100 stelle, da hat man so einen richtig schönen Effekt eigentlich drin. So ein Farbeffekt, was ein bisschen das Bild sättigt, aber halt auch nicht so unrealistisch, sondern in einer schönen Art und Weise, wie ich es finde. Und deswegen stelle ich jetzt hier die Sättigung auch mal auf Plus 50. Das finde ich sieht ganz gut aus. So, und jetzt gefällt es mir von der Farbigkeit eigentlich schon ganz gut. Und was wir jetzt machen können, ist tatsächlich, ich gehe nochmal hier in die Details rein natürlich, das Bild noch ein bisschen schärfen. Ich werde auch den Radius hier ein kleines bisschen runterdrehen, dass die Schärfe ein bisschen detailreicher wird. Und mit gedrückter Options- oder Alt-Taste kann ich jetzt das Ganze hier wieder so ein bisschen maskieren, dass wir wirklich nur die Kanten schärfen. Und jetzt würde ich tatsächlich schon reingehen in die Maskierung und lokal weiterarbeiten. Also die globalen Einstellungen haben wir jetzt hier getroffen. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen lokal weiterarbeiten. Und dafür werde ich mir als erstes mal den Himmel auswählen. Da wird jetzt hier automatisch also der Himmel erkannt. Und mit gedrückter Options- oder Alt-Taste kann ich jetzt hiermit noch die Schnittmenge bilden. Denn ich möchte nicht den gesamten Himmel auswählen, sondern ich möchte jetzt hier noch so einen kleinen Verlauf erstellen. So als hätte ich halt auch mit einem linearen Verlauf, also mit einem Verlaufsfilter quasi fotografiert. Und dadurch, dass die Sonne jetzt hier auf der linken Seite ist, ich möchte jetzt den Himmel so ein bisschen abdunkeln, werde ich jetzt diesen Verlauf auch hier leicht schräg machen. Weil es bringt ja nichts, die Sonne jetzt abzudunkeln, sondern die andere Seite, da wo die Sonne halt nicht ist, da möchte ich so ein bisschen abdunkeln, da möchte ich noch ein bisschen mehr Kontrast reinbringen. Jetzt werde ich jetzt hier die Belichtung also mal so ein bisschen runterdrehen. Den Kontrast vielleicht ein bisschen nach oben. Damit wir hier das Blau im Himmel auch nochmal so ein bisschen intensivieren. Das finde ich sieht schon mal ganz gut aus. Wir können auch die Weiß-Werte hier nochmal so ein bisschen nach oben drehen. und dafür die Schwarz-Werte auch nochmal ein bisschen nach unten. Und da finde ich, sieht das Ganze doch schon richtig gut aus. Mal ein kurzes Vorher-Nachher machen. Nur jetzt dieser Verlauf vorher und nachher. Ja, das finde ich hat schon mal auf jeden Fall eine ganze Menge gebracht. Im nächsten Schritt werde ich mir eine weitere Maske erstellen. Und jetzt möchte ich den Vordergrund vom Hintergrund noch so ein bisschen absetzen. Und dafür werde ich jetzt als erstes mal den Vordergrund auswählen. Da reicht mir eigentlich so ein linearer Verlauf hier. Und den ziehe ich jetzt einfach mal auch wieder leicht schräg von unten nach oben hier auf. Und als erstes möchte ich mal noch so ein kleines bisschen weiter die Tiefen aufhellen. Weil, ja, das doch relativ dunkel ist hier auf der linken Seite. Dann möchte ich hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Kontrast noch mit reingeben. Und hier an dieser Stelle, den Vordergrund, da möchte ich Dunst entfernen wieder so ein bisschen reinbringen. Ja, also da ist es mir wichtig und auch ein bisschen Klarheit. Da ist es mir wichtig, dass hier alles so wirklich kristallklar ist. Ein bisschen schärfer alles. Und den Hintergrund, da möchte ich das genau umgedreht machen. Also da möchte ich jetzt so ein bisschen diesen Kontrast dann mit dazu bringen. Deswegen werde ich jetzt hier mal einen Radialverlauf dann aufziehen für den Bildmittelpunkt. Den ziehe ich jetzt hier so ein kleines bisschen weiter rüber, dass der nicht so auf dem Berg liegt, sondern wirklich hier mehr so im Bildmittelpunkt. Ein kleines bisschen kann es hier noch mit rüber. So. Und jetzt machen wir hier genau das Gegenteil. Hier möchte ich Dunst entfernen wieder so ein bisschen ins Negative ziehen. Die Klarheit auch so ein bisschen ins Negative ziehen. Den Kontrast ein bisschen rausnehmen. Vielleicht sogar ein kleines bisschen alles noch heller machen. Und auch ein kleines bisschen die Farbtemperatur noch wärmer machen. Weil jetzt hier auch sehr stark die Sonne drauf strahlt. Jetzt haben wir hier so einen richtig schönen Kontrast im Vordergrund. Wirklich richtig kontrastreich im Hintergrund. Eher wenig Kontrast. Und das sind genau diese Gegensätze, die ich erreichen möchte in so einem Bild, um die Dreidimensionalität noch mehr hervorzuheben. Und genauso könnte ich jetzt eine weitere Maske erstellen. Auch wieder mit einem Radialverlauf. Und diesmal möchte ich die Sonne an sich noch ein bisschen mehr betonen. So. Die werde ich jetzt hier auch ein bisschen größer ziehen, als die Sonne eigentlich ist. Kann man jetzt hier auch noch so ein bisschen drehen. Und auch hier wieder mit der Farbtemperatur alles ein bisschen noch wärmer machen. Auch ein kleines bisschen die Belichtung noch mal anheben. Also die Sonne wirklich noch mehr überstrahlen lassen. Den Kontrast ein bisschen rausnehmen. Und auch ein kleines bisschen Dunst entfernen noch mal raus. Und vor allem auch ganz viel Klarheit raus. Also hier drehe ich das mal so auf minus 30 die Klarheit. Damit es richtig schön weich wird hier an dieser Stelle. Und das kann ich jetzt hier auch theoretisch noch weiter rausziehen. Um diesen Effekt hier auf den Hintergrund noch so ein bisschen mehr scheinen zu lassen. Perfekt. Das sieht ja schon richtig gut aus. Jetzt sehe ich insgesamt ist das Bild jetzt stark überbelichtet. Jetzt könnte man noch mal in die Grundeinstellung reingehen. Und dafür die Belichtung so ein kleines bisschen runterdrehen. Das ist jetzt hier nicht völlig überstrahlt. Und dafür auch wieder ein kleines bisschen Kontrast noch mit reingeben. So auf plus 10 ungefähr. Das sieht doch schon richtig gut aus jetzt. Ich mache mal ein kleines Vorher-Nachher. So sah das Bild aus, als wir noch nicht bearbeitet haben. So sieht es jetzt aus. Und es gefällt mir jetzt schon richtig gut. Was wir jetzt noch machen können. So ein kleines bisschen Dodge & Burn betreiben. Das heißt, ich könnte jetzt hier bestimmte Stellen, wo die Sonne auch wirklich drauf scheint. Und nochmal ein bisschen mehr noch hervorheben. Und die anderen Stellen vielleicht noch ein bisschen dunkler machen. Und dafür werde ich jetzt hier als erstes mal einen Farbbereich mir auswählen. Ja, dann ziehe ich jetzt hier einfach mal auf über den braunen Bereich. Ich weiß, dass ich jetzt wahrscheinlich fast das ganze Bild auswählen werde. Weil natürlich überall jetzt hier diese warmen Farbtöne drin sind. Ja, man sieht es jetzt auch schon sehr gut. Jetzt kann ich hier mit dem Verbessern-Regler das Ganze mal noch so ein bisschen runterdrehen. Und damit vielleicht auch die Auswahl so ein bisschen beschränken. Das sieht schon wesentlich besser aus. Ja, ich könnte jetzt hier noch über Subtrahieren zum Beispiel hier oben die Wolken noch so ein bisschen rausmalen. Dann nehme ich mir mal einen Pinsel und male das hier oben einfach mal noch so ein bisschen weg. Weil die Wolken wollen wir natürlich nicht mit da drin haben. Sondern ich möchte das wirklich nur hier unten haben. Und jetzt können wir ja schon mal gucken, ob wir jetzt hier noch so ein bisschen Kontrast einbauen können. Vielleicht alles noch mal so ein bisschen aufhellen. Ja, dass wir den Vordergrund hier noch mal so ein bisschen heller machen. Ja, nicht zu doll. Muss man jetzt sehr aufpassen, dass man das nicht zu doll macht. So, machen wir so plus 0,1. Das gefällt mir schon ganz gut. Und jetzt kann man hier noch die Weißwerte ein bisschen nach oben drehen. Ja, und so haben wir jetzt relativ schnell aus einem, ja, ich würde mal sagen, relativ langweiligen Pflaumenbild doch etwas gemacht, was richtig gut aussieht. Und natürlich könnte man jetzt zum Beispiel noch mit einer Vignette arbeiten und so weiter. Aber ich glaube, an dieser Stelle passt es so schon ganz gut. Vorher und nachher. Das war es mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann kannst du gerne einen Daumen nach oben geben oder auch was in die Kommentare schreiben. Und teile das Video natürlich auch mit deinen Freunden, wo du denkst, die könnte das vielleicht auch interessieren. Und ansonsten schau auf meinem Online-Store vorbei, denn dort gibt es auch ganze Videotrainings zum Thema Lightroom, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Da ist auf jeden Fall für jeden etwas mit dabei. Und ansonsten kannst du mir auf Instagram und auf Vero folgen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Mach's gut. Ciao. Ciao.